Hallo, ich bin die Sölder und komme aus Bregenz. Hallo, ich bin die Rena und komme ebenfalls aus Bregenz. Wir sind zwei fröhliche Mädels. Wir gehen gerne tanzen. Und gerne Autofahren. Und genießen einfach das Leben. Wir machen gerne Partys. Mal da, mal dort. Aber wo? Das müsst ihr selber herausfinden. Ciao, bis bald!